Willkommen bei meinem neuen Video Wir haben hier einen neuen Rollo malo Ich bin Jason, ihr könnt ihn gerne auch abonnieren Ich habe keinen Kanal, glaube ich Ok, der hat keinen Youtube-Kanal Sehr schön, aber kein Video Spannend Dann Insta Ey, war Vampir Darling Ich verlinke dann alles Ich verlinke dann alles Ich mache es wirklich So, wir haben jetzt Ja, wir haben hier gekauft und so Ja Wir gehen jetzt bei einem russischen Laden bei einem Eis kaufen in einem Mixmarkt Ja, oder? Wir sind jetzt Mixmarkt Ja, oder? Jetzt kaufen wir Eis Hallo Welches Eis sollen wir kaufen? Makarel Lass das wieder kommen Karamell Vermisst du das? Ja doch Karamell Kochst eins wieder Was ist Makarel? Kamerets Ist das? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Wir haben den Eis jetzt gekauft So, jetzt Wir haben Eis gekauft Rippo gekauft Leck Digga Ja Ja, ich habe gerade mal Makarel Reis Makarel Perfektion, ja? Beste Werbung Ja, hä? So, russische Eis Hm? Spaß Mit äh Kamera Ich weiß So, Leute Das schmeckt voll geil Holt euch auch Äh Und ja So, Leute Wir sind jetzt, äh Kanalberg gelandet Und ja Ich habe mein Schnurrbart rasiert Ui Wie leist du so scheiße aus? Mit Schnurrbart sehe ich besser aus Sorry Hallo Was machen sie? Ja, äh, ich meine Sag mal Eis essen So, Leute Wir gehen dann den Berg hoch Dann zeige ich euch Wir gehen jetzt hoch Okay Ich zeige euch dann den Berg Wie das von oben aussieht Und Was braucht es? Ja, ja, ja Aber das gibt Ich konnte den Zug nicht filmen Du kannst alleine oben gehen, ne? Ich bin Komi Und Ich bin Komi 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 Ich wollte gerade was sagen Dann mach den Scheiß Zug, Alter Hau mal ab Leute, wir gehen jetzt den Berg hoch hier Und Ja So, Leute, wir gehen jetzt hoch Ja, Bier Sag mal, schubst du mich? Sag mal Ja Der M5 auch Check ihn ab Bei YouTube Ja, bei M5 M5 Welchen Namen hast du da? Wiran66 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 Checkt ab Mach jetzt alle Komm mal noch ruhig Spass Sag mal, jetzt bitte später filmen Hallo Ja, ja Hallo Deutschland, aufstehen Deutschland Wollah, ich kann nicht mehr Holztransport Lauf mal Ja, ja Ich kann nicht mehr hoch, Digga Ja, ja Du kannst noch hoch Meine Füße tun weh an meiner Räume Das ruhig So Leute, ich zeig euch einmal von hier Nürnberg Hallo Hallo So Leute, jetzt geh ich Haare schneiden Ich nehm euch mit So Leute, ich nehm euch mit Ich geh jetzt Haare schneiden Und ich versuch dort auch zu filmen Bleib bis Ende dran Der Block wird was geiles Weil es sieht ohne Stubat voll scheiße aus hier Und sie Und sie Ja Wir sehen uns dann Beim schneiden Wir haben einfach schwanger Test gefunden Ein Strich Was bedeutet ein Strich? Schwanger oder nicht? Wir finden einfach da Ich glaub sie ist nicht schwanger, oder? Nein, ja Also ich glaub nicht Was wir einfach mitten im Wald finden Kanalberg, oder? Keine Ahnung Einfach schwanger Test Ich schwanger Test So Leute, wir gehen jetzt hier runter Schubst mich nicht runter, ne? So Ich darf das Kuck, 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 kuck Du darfst hier gar nichts Meine Freundin Gangster Ich weiß Emo halt Spaß, Spaß Kannalberg Kannalberg Nürnberg Kannalberg 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 habe ich gesagt Kannalberg Kannalberg Ja okay, tschüss Das heißt auch Kannalberg, du lütscher Ja Du sagst halt Aber immer Annalberg Annalberg Kannalberg 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 Ich denke, es wird gut. Ich nehme euch dann halb mit, wir sehen uns dann gleich. Soweit ich will jetzt Haare schneiden, das sieht so aus. In echt sieht das besser aus, aber im Video sieht es scheiße aus. Witz geworden. Witz, 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 witz. Und ja, wir sehen uns dann bei Rückenbach. Ich habe vier Brot gegangen und ich guck auf. Schmeckt besser.